Heavy Metal Band Sado feierte 10-jähriges Bestehen und nach eigenen Begründen steht nicht die Musik so sehr im Vordergrund, als eher die Optik. Da gibt es dann also leicht geschürzte Damen und Herren in Ledermaske auf der Bühne und alles drum und dran. Im Rahmen einer Fernsehshow hatten Sado neulich einen Auftritt und haben sich für diesen Anlass mehrere Titel zusammengeschnitten. Und die lassen das ablaufen und agieren auch dazu. Am besten wir schauen uns das mal an. Also ein Zusammenschnitt aus Titeln von Sado. Bitte sehr. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.